So Leute, letzter Zwischenstand jetzt erstmal von den Magma-Ströben, weil die sind durch. Ich habe an der rechten Seite schön drüber gezogen. Wir haben unten noch runter gezogen und einigermaßen gleichmäßig um den Vulkan sollte es jetzt gewichtet sein mit der Lava. Die darf da bleiben. Jetzt fehlen noch die Texturierung hier drüben, selbstverständlich und alles weitere. Aber ich glaube, ich fange erstmal hier drüben schon mal an und mache mein Bion ein bisschen fertig. Weil ganz ehrlich, Texturieren drücke ich mich erstmal ein bisschen davor, ist egal. Also ab in den Nether, wir holen das Netherholz und machen da Bäumchen drauf, würde ich sagen. Let's go. Okay. So Leute, nächster Step. Wir haben hier einmal den Blick von oben. Ich habe mir so eine Erdsäule gemacht, damit ich von oben drauf gucken kann. Und sieht das Ding schon aus? Jetzt muss man von der Seite drauf gucken. Also halt so, wie es möglich ist halt. Ihr seht, die ganze Erde, die müssen wir sich halt noch wegdenken. Die kommt ja selbstverständlich auch noch weg. Und ich habe mir, ich habe eben noch ein paar Tests gemacht auch, dass ich hier nochmal einen Baum weiter oben gebaut habe, der auch so leicht nach oben ging, diagonal, weil wir wieder zum Erdzentrum ausrichten müssen. Aber ganz ehrlich, ohne Blätter sieht das ja mal absurd katastrophal aus. Ne, 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 das machen wir nicht. Mir fällt vielleicht noch ein, vielleicht können wir mit Büschen dahin setzen, so mit den, ähm, hier, mit den Netherwarzenbüschen, ne, dass wir so kleine rote Büsche hinmachen können. Das, das würde vielleicht noch gehen, ja, würde ich fühlen. Und, äh, ansonsten müssen wir mal gucken. Dann würde ich erstmal nur um den Vulkan rum, hauptsächlich, die, ähm, Bäume platzieren. Die Hälfte von, äh, wo ist denn ja eigentlich da? Die Hälfte von haben wir auch schon fast geschafft. Also, Baum, Baum, da mal einen kleinen Baum, da einen Baum. Würde ich halt noch irgendwie da was hinsetzen. Da war's, da war's, da war's, oder so. So, so, so vier Bäume noch, eins, zwei, drei, vier. Plus zwei, drei kleine, sieben Bäume. Und nach außen wird's dann weniger. Tja, also Netherwarzenbüsche. Aus den Netherbaumblättern, die roten, das wäre schon ganz nice. Rest texturieren. Und dann würde ich mich da drin ja eigentlich sehen. Das ist ja, was witzig wäre. Ich habe ja jetzt rechts zuerst die Magma-Blöcke draufgelegt. Äh, und nur noch nicht texturiert. Wenn ich dann jetzt texturiere, texturiere ich ja nicht unter den Magma-Blöcken. Aber dann wäre es witzig, wenn man auf der Rückseite von innen die Magma-Flüsse sehen würde, weil die halt aus Blackstone logischerweise bestehen. Ich habe das ja nicht texturiert dann. Das wäre witzig. Ein kleines bisschen. Aber irgendwie auch irritieren. Würde mich, glaube ich, ein bisschen trägern dann. Mal gucken. So Leute, es geht weiter. Wir haben ein bisschen Progress gemacht. Nämlich, äh, ich war es ja witzig, um ein bisschen Abstände zu machen. Und ich dachte auch, ich habe jetzt mal keine Timelapse explizit aufgenommen und so. Ich habe jetzt fast alles texturiert. Fehlt noch eine ganz kleine Ecke dort oben. Und die Kugel ist durch. Ja, das war es auch schon vom Zwischenschritt. Ich muss den Rest noch fertig machen. Dann haben wir es endlich. Und dann gucken wir mal, dass wir innen drin hier ein bisschen auffüllen. Vielleicht so ein bisschen so zuformen. Mal gucken. Ach, ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Eigentlich ist das so richtig schon, Leute, der Vulkan. Eigentlich so richtig. Von oben sieht es auch gut aus. Wenn man von vorne direkt reinguckt, ist es weird. Aber ich glaube, das liegt dann einfach an der Krümmung oder so. Naja, ich mache nochmal weiter und wir machen hier den letzten Rest fertig. Dann haben wir es jetzt geschafft. Es ist fertig texturiert. Hier oben alles finish. Ich habe auch hier die Netherwarzenblöcke hingesetzt. Hat wieder ein Weichen gedauert, aber es müsste so passen. Dass wir oben außen erstmal finishen. Wie gesagt, Details jederzeit. Aber mal gucken. Ich habe jetzt hier unten mal probiert mit Blackstone was zu machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, von hier gucke. Mit Basalt kann man den Höhenunterschied sehen. Dann sieht man die äußere Form und sieht, dass es so nach innen gewölbt ist. Wenn ich Blacks so drunter habe, ganz ehrlich, da siehst du ja gar nichts. Einfach nur eine schwarze Masse. Ich muss den wegmachen. Auch hier die Obsidian-Dinger, die sieht man ebenfalls nicht richtig. Im Klartext heißt das, Leute, wir werden den hier innen drin aus Basalt lassen. Und ich werde hier keine weiteren dunklen Steine reinmachen, weil man einfach dann nichts erkennen kann. Also von oben. Es geht ja darum, dass der irgendwie entsprechend geformt wird. Und ihr fandet, der sollte nochmal, ja, entsprechend, weiß ich nicht, angepasst werden. Damit er sich oben so ein bisschen zusammentut. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Perspektivenproblem. Also von vorne ist es halt weird. Aber wenn ich meinetwegen nach oben draufgehe und so, ist das eigentlich gut passend. Deswegen, wir stellen es nochmal nach hier oben. Ja, also Vulkan sollte so hinhauen. Das heißt, kann ich die Erdtreppen schon wegmachen? Nicht sicher. Ich glaube, ich würde noch ein paar Obsidian hier so Pillars hin platzieren, überall ins Biom. Und dann sind wir aber fertig. Dann werden die Gerüste abgebaut. Und das Vulkan-Biom ist finished. Leute, ich habe jetzt noch hier und da ein paar Spikes noch hingesetzt. Nicht überall. Oben sind noch Creepern, alles mögliche unterwegs. Ich dachte, ich mache das erst mal das Gerüst weg. Also, damit das A noch ein bisschen anders wirkt. B, im Vulkan können wir das ja noch gucken. Und wenn ich noch ein Spike will, mache ich den dazu. Ich habe verschiedenste hier noch gesetzt. An der einen oder anderen Stelle kommt noch was dazu. Damit das ein bisschen voller wirkt. Aber mal gucken. Also, werden wir jetzt mal loslegen. Timelapse läuft. Und ich glaube, das ist so satisfying, wenn es hier die Erde wegkommt. Wir werden in einer äußerst äußischen Timelapse hoffentlich jetzt sämtliche Gerüste abbauen. Und das Biom wird sich jetzt so komplett entkleiden. Der Schleier fällt. Let's go. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Die Erde ist weg. Und vor uns sehen Sie das fertige Biom in vollster Größe. Ich glaube, wir sollten die Zeit nutzen, ganz kurz zu pennen. Damit wir Tach machen können. Und ja, was soll ich sagen? Fertig. Achso, ich würde noch mal ganz gut Zeug ansehen, was runtergefallen ist, bevor es die spawnt. Und dann gucken wir mal ein bisschen genau darüber. So, das eine Sache fehlt auch noch. Ich mache mal den Lavaschwall jetzt hier rein, okay? Dazu würde ich mich an der Seite einfach mal hochbauen. Gut, dann kippen wir das mal hier rein. Wie ist es mit dieser Fackel aus? Die kann auch noch mal weg. Und ich glaube, ich starte. Ich mache einfach überall eine Lava einmal rein jetzt. So, aber so von der Praxis geht das schon mal ganz gut, ne? Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie wir mal hier rauskommen, ne? Weil das Problem ist, auch wenn wir jetzt das hier so haben, wir sehen ja gar nicht. Ich glaube, hier sind Blöcke da vorne. Man muss immer mittig durchfliegen, ansonsten kannst du es vergessen. Wenn wir nicht mittig durchfliegen, fliegen wir von hinten gegen Stein dran. Also, ich bin gespannt, wie viele Leute draufgehen, weil sie durch das Ding hier fliegen. Ich teste es einfach mal, okay? Get ready. Wir fliegen zum ersten Mal durch. Ja, das ging noch. Ich bin einfach jetzt brennend, aber halt von innen ist die Fläche anders. Also, so ein Verhältnis ist das ja noch. Das geht eigentlich so. Sieht noch mal ein bisschen krasser aus, wenn da wirklich ein Lava-Loch drin ist. Das werden wir jetzt noch ein bisschen formen. Ja gut, habe ich gesagt, ne? Das nimmt ja hier Ausmaße an. Mit Shader kickt es noch mal ganz anders rein, Leute. Wir bauen nun mal alles ohne Shader, weil dann sehen wir es im Original sozusagen. Und mit Shader, ne, nimmt dieser Planet halt noch mal ganz andere Ausmaße an. Ach, dieses Leuchten, einfach schön. Ich muss mal gucken, wie es bei Nacht aussieht. Wir müssen bei Nacht mal hier drüber fliegen. Und das werde ich gleich mal machen. Ich werde mir mal Zeit vergehen lassen. Und dann kreisen wir außen rum. Ich finde, das Netherholz, das kickt hier halt auch noch rein. Die Stämme, die leuchten da ja auch. Die leuchten und glühen, wenn ihr die richtig sehen könnt. Und Magma-Blöcke kicken halt rein, so ein richtig waberndes, leuchtendes, heißes, schwalliges irgendwas. Und dann halt in der Mitte das große Loch. Ihr müsst es bedenken, wir sind von oben natürlich hier die Fackeln, die müssen dann weg. Ist ja klar, so. Ich muss gucken, ob ich da irgendwo generell Lichtquellen verstecke mit grauem Teppich drauf. Das werde ich wahrscheinlich machen. Und das ist schon, das kickt schon böse rein. Ja, da würde ich mal sagen, wir warten ein bisschen ab. Bis Nacht ist und dann fliegen wir drüber oben. Und dann wird das hier richtig krass leuchten, denke ich. Bis, hey Leute, es ist jetzt Nacht. Und wir sollten uns mal den Vulkan angucken auf Dauer. Wollen wir den Mond, der Mond? Ich sehe gerade nicht von dir. Da hinten ist er. Ich fliege mal los. Puh. Oh, yes, 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 yes. Könnt doch sorgen, was er wollt. Bei Nacht und Shader wird der Planet einfach ziemlich sick sein. So, man kommt jetzt hier so ran und dann ist da der, ne? Lava-Ströme, die von den Bergen runterfließen. Das Holz, welches leuchtet zum Dunkeln, die verbrannten, verkohlten Bäume, die noch so glühen, so Glutasche. Ähm, natürlich müssen wir es jetzt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Von unten einmal, weil es ist ja ein 3D-Objekt. Es ist ein 3D-Objekt. Und auch von unten, ja, sieht der gut aus. Dasselbe halt von oben, von den Seiten. Von oben können wir auch mal so raufgucken. Ey, Leute, bei Nacht ist halt sick. Vor allem auch der Himmel jetzt wieder diese, die Milchstraße strahlt uns entgegen. Obendrauf haben wir hier den magischen Wald. Ah, nee, 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 nee. Shader macht wieder alles besser, Leute. Shader knallt wieder komplett rein und macht alles besser. Aber lass mal ganz kurz warten. Okay. So, ne, die Bäume und so, die kennen wir auch. Hm, ja, von oben ist strong. Ich hab halt einen Nebeleffekt, wenn ich nach unten gucke, das ist die Sache. Wenn ich nach oben gucke, geht. Wenn ich nach unten gucke, krieg ich einen Nebeleffekt irgendwie rein. Ich weiß noch, ich hab eigentlich versucht, das auszustellen, aber... Ja, also... Kann ich mich nicht beklagen. Von allen Blickrichtungen, von rechts, von links, je nachdem, wo ich angeflogen komme. Sieht immer gut aus. Da unten, oh, ist auch was passiert. Auch hier von der Seite ist es überall okay. Erze leuchten halt noch dann, ne. Ein komplett verbranntes Biom. Ich weiß nicht, ob es besser ist, als das mit der Erze. Findet ihr es besser? Ich muss mal eine Chat-Umfrage machen, was besser ist. Hier vorne, die Erze hat da. Da muss ich auch hier mal rangehen und Seelatern rein. Ich hab immer noch Fackeln drin. Jetzt sind wir noch nicht fertig. Ich wollte mit der Beleuchtung eigentlich warten. Ich glaube sogar, ich sollte hier manche Sachen... Hier den Schwefel sehen. Den würde ich gar nicht beleuchten eigentlich. Wir sollten den nicht beleuchten. Hier gibt es einen Leuchtdinger von außen. Die Erze leuchten. Die Ader wird ein bisschen glitzern, wenn die Seelatern noch reinkommen. Eigentlich wollte ich bis jetzt 18 warten. Also dann kommst du jetzt hier lang geflogen. Hast eben den Riss gesehen. Ja, und dann düst du mal in die Richtung. Und dann denkst du dir nichts dabei. Und auf einmal kommt hier das Vulkan-Biom. Der ganze Planet ist hier auf der Seite so aufgerissen. Und so richtig... Da ist es die Hälfte Mordor einfach. Ich hab hier einfach halb Mordor am Start. Ich bin zufrieden. Ist das größte Biom, was wir bisher haben. Und zieht ein bisschen sick aus. Reds and Oars sehen aus wie Glutnester. Ja, so ein bisschen die Bäume halt. So wie glühende, noch stehende, kohlende Bäume halt. Ja, schön. Als nächstes Schnee-Biom, würde ich sagen. Das kommt unten dran. Aber ich würde mal sagen, das ist es. Leute, das ist es. Vulkan-Biom ist gefinished. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und sagt unbedingt mal Bescheid, welches euer Lieblings-Biom bisher ist. In den Kommentaren. Und sagt mal, wie geil der es hier findet. Also hier ist noch mehr Zeit reingeflossen als oben für das Dingens-Biom. Gut, ist auch größer, aber dafür nicht ganz so detailreich. Aber naja. Bis demnächst. Das Krachen. Und ciao, ciao.